AK oder nicht AK? Den Trick kannte er ja noch nicht, ne? Ich hab extra die Tür zugemacht, weil ich wollte, dass er nachlädt, genau das hat er gemacht. Ich müsste noch irgendwo den PUBG Bandana haben, damit gehe ich dann einkaufen. Eee ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, okay, okay. So ein Einduell. Okay. 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 Mann, 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 ey. Mann, kein Hitfire. Immer Hitfire. Mensch, mal ein gutes Game. Rudi, aber es geht bei dir, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Alter, drei Hits mit der SLR und er lebt noch. Ein gutes Spiel. Das Beste. Ich bin immer auch ein Potato geworden. Oder war er immer? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. 2 1 2 2 2 1 1 1 Oh Gott, gehen die früh auf, die Smokes. Man sieht ja jetzt direkt, von wo die geworfen wurden. Oh Gott, gehen die früh auf. Oh Gott, gehen die früh auf. Er aimt echt da durch, wo ich es pre-fired habe. Ja, in den Kopf auch noch. Arsch hätte ich ja noch verstanden, aber Kopf. Okay. 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 Bye. 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 Ach, bitte. Scheiße. Ey, schon wieder drei Hits. Weiß er nicht, aber... Er ist dead. Das war der Lykopfrond, oder wie er heißt. Das war der Lykopfrond, oder wie er heißt. Leute, das erste Mal Top 10 für heute. Endlich wieder Profi-Gamesport hier. Also wenn es die Mosin nicht auf Erangel gibt, dann hat irgendjemand da was falsch verstanden. Aber dafür die Tommy-Gun. Oh, links von mir. Snaps. Möi-ioi-ioi, Monsieur. Möi-ioi-ioi. Möi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi. Möi-ioi-ioi. Möi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi. Möi-ioi-ioi. Möi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-ioi-io Wo ist der Typ hinter mir? Warum bin ich jetzt nicht tot? Ich würde mal außer tot sein müssen. Na toll. Was sind echt Bots, Leute? Ah ja. It is what it is. It's a chicken. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Vielen Dank.